hallo werte zuschauer und zuschauerinnen zu diesem preview video zu patch 09 13 ja der ist kurz davor dass er auf die live server kommt und da will ich euch natürlich mal die wichtigsten sachen zeigen und da fangen wir ganz konservativ erstmal mit den hd-panzern an 26 stück an der zahl sind es geworden mit diesem patch und in dem fall starten wir mal mit den russen ja hier der kleine ltb auf hd geändert man sieht natürlich deutlich die veränderungen die nieten kommen wirklich schön zum tragen jetzt die kratzer über alle die hd modelle kann man nicht anders sagen die sind immer eine augenweide und damit auch der kleine ltb der sonst eher so ein graues mäuschen war deutlich hübscher dann der kv3 der ist deutlich größer da müssen wir also deutlich weiter zurück auch hier natürlich mit den abprallern da sogar deutlich schöner als bisher das darf man wohl so sagen setzt es mir nach dass ich vielleicht nicht ganz so detailliert wie immer darauf eingehen aber 26 fahrzeuge sind halt doch ein fund und dementsprechend gehen wir diese alle mal im eher schnelldurchlauf doch hier jetzt der kv5 wirklich schön geworden und da sieht man natürlich deutlich dass dieser auch eine gewisse abnutzung erfahren hat im kampf einer meiner lieblinge der is 6 auch auf hd ein wunderbarer panzer den ich selber sehr sehr schätze ein rohr so der is 6 jahr so auch total schön geworden muss ich sagen hat mir vorher schon bei vorbereitung dieses videos außergewöhnlich gut gefallen haben sie wirklich fein angepasst also so steht der just look unglaublich gut last but not least von den russen so 18 klein aber fein und dann kommen wir schon zum einzigsten deutschen hd-panzer der verändert wird mit 0 9 13 und zwar den panzerkampfwagen 2 lux eine kleine feine rennkiste die nach wie vor große popularität genießt da müssen wir auch schon direkt tschüss zu den deutschen sagen und gehen mit den usa weiter den t 54 e1 den autoloader auch hier natürlich die abnutzung bestens zu sehen auch hier vorne die abprallung der turm komplett also der ist auch extrem gut überarbeitet worden wie ich finde und das thema mit grafik world of tanks und ihr wisst ihr arm und warfare gibt es bei mir auch muss ich sagen die hd-panzer bei world of tanks sind da definitiv ebenbürtig wenn nicht sogar ein ticken besser aber das darf jeder für sich selber entscheiden hier der t 29 auch hier somit zu einer kleinen telle dann noch mal drin also auch auf die feinheiten wird da geachtet auch hier noch mal im turm ein bisschen alles besser zur geltung kommend sehr sehr schön t 30 hier zu sehen gerade auch mit den spuren da oben machen die designer schon wirklich einen sehr guten job und nun von den schweren jungs hin zu den artillerien hier erst mal die m7 priest auch mal ein blick hier rein auch da wird immer ein bisschen noch designt auch wenn man es sonst so nicht sieht aber trotzdem mal schön wenn man es denn hier in der garage ein ein bisschen angucken kann dann die m 44 tier 6 arti und auch noch mal den blick hier in den panzer hinein in die artillerie den einzigen amerikaner der verändert worden ist den ich euch auch hier im video nicht sein kann ist der t 95 e 6 den besitze ich leider nicht also aus diesem grund spare ich mir den aus der erst auch auf hd angepasst worden bei den franzosen gab es auch nur einen einzigen panzer und zwar den amx ac 48 der auf hd gebracht worden ist mit dem sehr zwei potenten endrohr und natürlich ansonsten in der typisch französischen bauweise aber ich glaube die franzosen community freut sich immer sehr um so etwas ja dann verlassen wir die franzosen direkt wieder gehen jetzt zu den britern über fangen mit den cruiser 1 an der wie ich finde auch äußerst gut gelungen ist auch hier unten immer ein bisschen auf die ketten achten sehr sehr schön dann cruiser 3 hier in dem fall sind viele cruiser betroffen geht auch weiter mit dem cruiser 2 und wird abgerundet durch den cruiser 4 wenn ich da vorne die leuchte so sehr schade dass es noch keine nachgefechte gibt in der form dass man einfach mal schnell das licht einschalten könnte wäre bestimmt lustig gut weiter geht es mit dem sehr oft und von vielen gespielt kometen der komet ist ja wirklich einer der panzer der sehr sehr häufig vorkommt in den gefechten und sich sehr großer beliebtheit erfreut wirklich schön geworden auch nochmal hier den blick über den panzer schwenken und ein premium panzer wurde auch angepasst bei den briten der at 15a dieses nicht unbedingt wendige gerät das aber sonst doch dem ein oder anderen gegner die haare zu bergen stehen lässt sehr hübsch und auch eine artillerie wird angepasst die birch gun wobei da muss ich jetzt selber wieder sagen die ist gar nicht so aufregend liegt aber natürlich auch ein bisschen am panzer design selbst weil was soll man denn da großartig auf hd bringen der ist halt einfach per se ein unspektakulärer vertreter so dann hier der chi ha weil auch die chinesen wollen ein zwei panzer verbessert bekommen in dem fall der chi ha also natürlich so ich glaube wir haben ihm genug zeit und raum gegeben zum wirken lassen gehen auf den wz 131 dieser scout wiederum auch sehr gern genommen und sehr gern gespielt von einigen schaut aber von design her jetzt gar nicht so benutzt aus wie viele andere hd panzer also der schaut so aus als ob er gerade recht frisch aus der fabrik käme und die letzten beiden hd panzer die ich euch hier im video zeigen will ist der japanische typ 95 cargo auch hier natürlich die typischen hd änderungen zu sehen und zuletzt den typ 98 kini den tier 3 leichten panzer und das war's für die hd panzer damit sind wir dann durch aber die wichtigsten änderungen kommen jetzt eigentlich weil es gibt eine neue nation und zwar die tschechoslowakei und diese panzer schauen wir uns auch alle an hier ist der tier 1 standard panzer und da müsst ihr jetzt mit den namens nachsehen ob ich es richtig ausspreche weiß ich nicht in dem fall kuluhusenka kuluhusenka könnte richtig sein schaut aus wie ein kühlschrank auf rädern also schön ist anders aber vielleicht war es ja sehr zweckmäßig immer die ausstattungen die ihr hier seht sind die elite ausführung also ich habe die alle auf elite status gebracht und wir können uns hier aber auch den tag tree ansehen wir sehen im prinzip muss man nicht viel erforschen eine kanone und dann geht's direkt weiter bevor wir uns den panzer anschauen schauen wir uns hier jetzt den tag tree auch da nochmal an es gibt ketten ich gebe die einfach mal mit der maus dann könnt ihr die purchase und die wissenschaft kosten auch ebenfalls sehen dann einen motor den ihr noch erforschen müsstet einen weiteren turm und natürlich dann die kanone hier so sieht er aus in dem fall 180 hit points hana 135 ps die endgeschwindigkeit von diesem leichten panzer sind 35 km h und dreht sich mit 45 grad pro sekunde die panzerung mit 25 16 16 sowohl an wanne als auch an turm exakt gleich die feuerrate sind 23,808 schuss pro minute und die turmdrehgeschwindigkeit 30 grad und hier sehen wir die verbesserte kanone der durchschlag 52 mit normal 74 mit premium macht dabei 40 schaden und schießt eben recht schnell sodass er auf seine schadenswerte kommt der tier 3 lt vz 38 hat 220 hit points schon 140 ps 42 kam hat top geschwindigkeit 38 grad drehgeschwindigkeit der wanne die wannenpanzerung hat 25 15 und 15 am turm sind es 50 30 und 25 also hier sind sie dann nicht mehr identisch und schießt 25,71 schuss pro minute bei 330 sichtweite und 345 grad funkreichweite hier seht ihr in dem fall die top kanone ist eine autoloader kanone hat drei schüsse im magazin die schüsse während dem magazin brauchen eine sekunde zum durchladen und das magazin selber braucht fünf sekunden durchschlag sind 82 mit normal 115 mit premium und der schaden beträgt 40 beziehungsweise 45 mit he die zielzeit 1,7 sekunden auch hier in den tag tree geschaut zack da sind wir ne da sind wir wie gesagt auch hier ich gehe mal über die werte über die wichtigsten werte drüber weil das ist ja das was euch dann auch interessiert was kostet was aber seht es mir nach dass ich nicht jeden wert einzeln der vorstufen abgehe der st vz 39 hat hier die ketten zu erforschen dann zwei motoren hier der top motor da das funk gerät und eine stufe 4 kanone die dann gleichzeitig die top ausführung darstellt und muss noch einen turm erforscht bekommen schaut dann wie folgt aus das ist er hat 350 hit points 260 pairs 45 km h endgeschwindigkeit hier das ist ein mittlerer panzer da muss man drauf aufpassen da wir sind jetzt nämlich von den leichten panzern weg haben 32 25 20 warnenpanzerung und 60 40 30 turmpanzerung feuerrate 24 schuss pro minute sichtweite 340 sowie funkreichweite 345 meter die kanone ist dann diese hier ihr seht eben eine sehr schnelle nachladezeit der durchschlag beträgt 86 mit normal 132 mit premium macht 60 schaden und 75 mit he und die zielzeit 2 sekunden dann kommt der skoda t24 der ist dann schon etwas größer wie man natürlich direkt sieht hat 450 hit points ebenfalls natürlich ein mittlerer panzer 450 ps ebenfalls ebenfalls aufgrund der hit points 58 km h endgeschwindigkeit 40 grad drehgeschwindigkeit und die warnen sowie die turmpanzerung gleich mit 50 30 30 die feuerrate 11,32 schuss pro minute turmdrehgeschwindigkeit 40 grad sichtweite beträgt 350 sowie die funkreichweite 345 die kanone nochmal im detail eben 11,32 schuss pro minute hat 132 schaden äh 132 durchschlag oder 185 mit premium und macht jeweils 110 schaden sowie 175 mit he der tag tree wie folgt ihr seht ihr müsst einmal ketten erforschen dann den motor dann das habe ich noch gar nicht gemacht das verbesserte funkgerät und die kanone sowie dann den turm der dann zum t25 mündet der t25 benötigt ebenfalls ketten benötigt ebenfalls einen motor hat zwei funkgeräte die man erforschen kann eine autoloader kanone ist hier wieder das maß der dinge und der turm der panzer schaut aus wie folgt das ist der t25 hat 730 hit points 500 ps 60 kmh endgeschwindigkeit mit 30 grad drehgeschwindigkeit hier ist auch wieder wanne und der turm gleich von der panzerung nämlich mit 35 ne mit 50 35 35 feuerrate 16,88 schuss sichtweite 360 meter und die funkreichweite 710 die war vorher beim t24 auch schon verbessert nämlich auch 710 das hatte ich nur aufgrund des fehlenden funkgeräts noch falsch gesagt die kanone eben die bessere ist die autoloader kanone hat drei schuss im magazin zwischen den schüssen liegen 1,33 sekunden nachladezeit beziehungsweise ja einlegzeit acht schuss braucht man für das magazin dann komplett zu befüllen die durchschlag oder der durchschlag sind 132 und 185 mit premium der schaden hier ebenfalls 110 110 und 175 mit hi und die zielzeit 2,1 sek dann zum tier 7 konstruktor t34 100 hat 1100 hitpoints 520 ps 54 km endgeschwindigkeit also etwas langsamer als sein vorgänger dafür die panzerung hier wieder differierend die warnen panzerung sind 45 45 45 die turmpanzerung ist dafür etwas besser mit 90 75 52 die feuerrate hier 7,06 die sichtweite 370 meter und die funkreichweite 380 und hier sehen wir man braucht ketten die man erforschen muss man hat einen motor der auch ebenfalls erforschungsbedarf hat das funkgerät dann gibt es diese kanone die wir schon gesehen haben da gehen wir aber auch eben praktisch nochmal auf die charaktere hier ein 7,06 175 durchschlag mit normal 250 mit premium und der schaden beträgt 250 beziehungsweise 330 mit he und ein turm muss auch erforscht werden nun kommen wir langsam zum high tier und in dem fall der tier 8 tvp vtu ihr seht auch hier klassisches natürlich wieder die ketten zu erforschen der motor das funkgerät wobei bei den funkgeräten wisst ihr ja selber motoren und sonstiges kann es auch sein dass es die vorgänger schon drauf haben den turm t40 sowie die kanone ausschauen tut er wie folgt hat 1450 hit points 700 ps bedeutet eine endgeschwindigkeit von 50 km h 44 grad drehgeschwindigkeit die panzerungswerte fast identisch von wanne sowie turm mit 65 40 die wanne dann 30 hinten der turm 40 hinten also da ist der turm etwas verbessert sichtweite 380 und funkweite 850 m die kanone ist hier die beste hat dann eben 5,45 schuss pro minute 188 durchschlag wird normal 235 mit premium macht dann 320 schaden nun zum skoda t50 dem tier 9er hat 1650 hit points 1000 ps 50 km h endgeschwindigkeit die drehgeschwindigkeit der wanne sind 42 grad die wannenpanzerung 65 40 und 40 also auch da wieder sehr reduziert in der panzerung der turm etwas verbessert mit 120 80 und 60 die feuerrate sind 7 schuss pro minute knapp darüber mit 7,03 die sichtweite 400 meter und die funkreichweite 850 der tagtree sieht bei dem wie folgt aus man hat hier nochmal die ketten den motor das funkgerät und in dem fall gibt es zwei kanonen aber da ist wahrscheinlich sinnvoller gleich hier richtung tier 10 zu gehen und zwar eben diese autoloader kanone 3 schuss im magazin 1,8 dann zwischen den schüssen die nachleidezeit beträgt in somit 22 sekunden 248 ist der durchschlag mit normal 310 mit premium 320 schaden machen die beiden normalen munitionsarten sowie premium und he mit 420 und nun kommen wir auch schon zum heiß erwarteten top tier dem tvp t 50 51 und ihr seht hier muss nichts mehr erforscht werden den schauen wir uns natürlich auch im detail an sieht wie folgt aus gefühlt sogar unspektakulär hat 1800 hit points 1000 ps 60 km h endgeschwindigkeit die warnen panzerung 65 40 und 30 die turn panzerung 120 80 und 60 8,14 schuss pro minute sichtweite 410 meter sowie funkreichweite 850 meter auch hier kommt wieder eine autoloader kanone zum tragen in dem fall hat sie vier schuss im magazin dazwischen liegen immer 1,5 sekunden und wenn das magazin leer ist sind 25 sekunden bis komplett nachgeladen ist der durchschlag sind 248 mit normal 310 mit premium 320 macht oder ist der schaden 420 mit he ja das waren dann alle panzer die so angepasst worden sind vielleicht noch zwei kleinigkeiten es gibt eine neue karte die nennt sich pilsen ist sowohl für den rampage modus als auch für die zufallsgefechte erhältlich ich habe sie vorher glaube ich sogar beim drüber gehen schon irgendwo gesehen da ist sie sogar schon abgebildet also auch wieder hier eine urbane stadt dann hat sich leider die karte fjorde aus dem zufallsgefechtsmodus verabschiedet die wurde entfernt die karte südküste wurde komplett aus dem spiel entfernt also nicht nur mal mehr anwählbar also südküste komplett weg und damit sind alle wichtigen sachen angesprochen worden ja etwas länger und ausführlicher vielleicht als sonst aber ihr seht es ein kompletter tech tree sehr viele hd-panzer das dauert natürlich ich hoffe es war trotzdem informativ ihr lasst mir einen daumen da ich wünsche euch alles gute euer ekaramba